Mit Storytelling in nur einer Woche zu 85 Milliarden US-Dollar. Aus aktuellem Anlass reden wir über die Börse und was da passiert ist, erzählen wir euch direkt nach dem Intro. Bernie, du bist, sitzt du einigermaßen ruhig? Jetzt wieder, also jetzt gerade, aber du weißt, gestern war ich echt am Abzittern. Du warst wirklich, ich hab nicht, deine Beine waren nicht eine Sekunde lang ruhig. Bernie war nämlich investiert und ist auch noch investiert. Mal gucken, wann das hier rauskommt, weiß ich nicht, ob er noch investiert ist. Ach ja, stimmt. Aber, wir wissen auch nicht, wie das ausgehen wird, aber es läuft gerade der GameStop Short Squeeze. Wenn du das noch nicht gehört hast, google das mal. Die Firma GameStop, eigentlich ein überholtes Geschäftsmodell, wo man eigentlich Spiele hinbringen kann, also Computerspiele, Konsolen und Gebrauchte wieder nachkaufen kann. Eigentlich ein ziemlich totes Geschäftsmodell. Aber dann kamen David und Goliath. Und das war das Erzählprinzip und der Bernie wird euch gleich erzählen, was da passiert ist. De facto ist es so, ich fasse es kurz zusammen aus meinem Nerd-Nicht-Wissen sozusagen. GameStop war eigentlich nicht mehr viel wert. Dann gab es ein paar Leute, die gesagt haben, wir wetten darauf, dass das nicht mehr viel wert ist. Und deswegen geht der Kurs nach unten, die sogenannten Short Seller. Ganz genau. Und dann haben ein paar Leute im Internet gedacht, oh, ohne uns. Und dann kamen nämlich sozusagen die Davids, weil diese ganzen Short Seller sind große Hedgefonds, das sind die Goliaths. Und die haben gesagt, wir machen das Ding kaputt. Und dann kamen die Davids und haben gesagt, nee, 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 wir sind zweieinhalb Millionen Leute, die sich in irgendeinem Forum zusammengeschlossen haben, musst du gleich erzählen. Und die haben gesagt, wir gehen da jetzt alle gemeinsam rein und haben das Ding gebastelt. Und das Ding ist so hochgeschossen von einem Kurs, der normalerweise bei zwei Euro lag, zu jetzt gerade Stand heute 400 Euro. Ja, also es ging los. Es ging los bei, ich glaube, letztes Jahr ist die Aktie von GameStop auf zwei, drei, vier Dollar runtergerauscht. Und zig Short Seller in dem Markt, also es gibt ganz große, haben halt darauf gewettet, dass die Aktie noch weiterfällt sozusagen. Also Leute, no financial advice hier, also gar nicht. Das heißt jetzt auch gar nicht, dass ihr auf GameStop aufspringen sollt oder Sonstiges. Uns geht es hier um den Storytelling-Approach. Tatsächlich, es geht nur um Storytelling und wie das Ganze entstanden ist sozusagen. Und das haben halt ein paar Gamer mitbekommen, weil GameStop war halt die Anlaufstelle für sehr viele Gamer eine ganz lange Zeit, bis natürlich E-Commerce kam, bis natürlich das ganze Download-Business kam und das Geschäftsmodell mehr oder weniger halt etwas überholt war. Dadurch natürlich auch der Fall von GameStop so ein bisschen. Jetzt kam, und das war ein Grund, warum die Aktie neu durch die Decke gegangen ist, jetzt kam ein neuer Investor, ein Großinvestor, der Gründer von Chewy.com. Und das war für Tiere, Nahrungsmittelhersteller, also Tiernahrung quasi, so ein Online-Store. Und der hat einen riesigen Exit hingelegt vor, ich weiß es gar nicht, vor mehreren Jahren schon. Er hat die Bude für ein paar Milliarden verkauft. Und ist Experte für E-Commerce. Ganz genau. Und der ist bei GameStop eingestiegen als Großinvestor. Ich glaube, der hält jetzt 13 Prozent oder so. Also haben alle gehofft, dass der das Ding ist. Genau, diese Information hat natürlich erstmal den Markt wieder angeheizt und hat eine gute Stimmung verbreitet. Aber dann wurde halt publik bei bestimmten Gruppierungen im Internet, dass da bestimmte Menschen draußen unterwegs sind, die halt eine Institution von ihnen von damals kaputt machen wollen. Und ihr wisst, das Internet, das kann ziemlich crazy werden. Und in dem Fall wurde es sehr crazy, hat sich da nämlich ein Subreddit gebildet. Also den Subreddit, dieses Reddit-Forum gibt es schon seit, ich glaube, 2007 oder sowas schon. Also schon echt relativ lange. Wallstreetbets ist das Ganze. Könnt ihr mal nachschauen. Wallstreetbets unter Reddit. Und da haben sich Stand heute, glaube ich, 2,7 Millionen Menschen versammelt, die über Trading sprechen, also über die Börse. Und natürlich war dann ganz schnell das Thema GameStop ein Thema. Und das ist komplett eskaliert, dieses Thema. Ja, weil die sich gesagt haben, die wollen unser GameStop kaputt machen, jetzt machen wir sie kaputt. Und viele von denen sind halt einfach Millennials. Die haben in der Finanzkrise in 2007, 2008, haben die halt wirklich miterlebt. Und das kannst du auch da draußen in diesem Reddit-Forum lesen. Und die haben hautnah miterlebt, wie ihre Eltern ihre Häuser verloren haben, wie ihre Eltern bankrott gegangen sind. Und die Banken und die Hedge-Forum-Manager und alle, die eigentlich daran schuld waren, mehr oder weniger, mit einem blauen Auge vorbeigekommen sind, beziehungsweise denen gar nichts passiert ist. Und jetzt auf einmal haben genau die Leute die Möglichkeit, den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen, okay, wisst ihr was, jetzt ist unsere Zeit and we fight back. Und genau das ist passiert. Und so ist der Stock, also so ist der Aktienpreis von 2 Dollar irgendwie auf 20 Dollar hoch. Also alles schon letztes Jahr. Aber jetzt ist er komplett eskaliert. Und zwar letzte Woche, glaube ich, ging das Ganze los. Da war der bei 40 Dollar, dann bei 60 Dollar. Und dann ist der komplett eskaliert auf jetzt. Also Höchststand heute waren, und heute ist in unserem Falle, wir haben den Podcast vorproduziert, also nur, dass ihr Bescheid wisst, der Podcast kommt heute am Sonntag raus, den Podcast aufgenommen, damit ihr auch versteht, von welchen Kursen wir gerade reden, war der Höchstpreis heute bei knapp 400 Euro. Am Donnerstag. Am Donnerstag. Wo heute steht, keine Ahnung, es gibt wirklich Spekulationen, dass das Ding halt noch komplett durch die Decke geht. Ähnlich wie damals der Short Squeeze bei VW in 2007, genau, wo der Aktienpreis auch innerhalb relativ kurzer Zeit auf knapp 1000 Euro gegangen ist, von kommend 8 Euro, glaube ich, oder 6 Euro. Also ein ähnliches Modell könnte hier entstehen. Deswegen keine Ahnung, was am Sonntag ist, also was heute ist. Ob du Montag wieder in die Arbeit kommst oder ob du als Multimillionär in Rente gehst. Ich weiß es nicht, genau. Aber ich dachte mir halt so, hey, bei dem Game will ich dabei sein. Und Uwe, du hast mich jetzt die letzten Tage erlebt. Also so ohne Witz Daytrader zu sein. Ich weiß heute, man hat ja immer so romantische Vorstellungen. Hey, boah, so ein Daytrader, der sitzt den ganzen Tag irgendwie vor seinem Bildschirm, hat er sechs Bildschirme, verfolgt die Aktienkurse. Ich würde einen Herzinfarkt kriegen. Also ich kriege ja schon bei einem Titel, also jetzt bei GameStop, ich glaube, ich hatte gestern zehn Herzinfarkte gefühlt. Bin heute ein bisschen entspannter, weil ich einfach schon ein bisschen gehandelt habe, sozusagen, um ruhiger zu sein. Aber es ist komplett eskaliert, aber aus dem Grund, weil hier eine David-gegen-Goliath-Geschichte einfach am Start ist, um jetzt die Brücke zum Storytelling zu schlagen, weil sich hier eine große Anzahl an Menschen zusammen auferhebt gegen einen großen, bösen, gemeinsamen Feinden. Darum geht es. Der gemeinsame Feind, die Wall Street, die ganzen Broker an der Wall Street. Darum geht es jetzt. Der Kampf. Da muss man ein Motiv geben, also ein klares Ziel. Und die haben ihr klares Ziel. Ist natürlich auch schwierig moralisch zu fassen, weil die Short-Seller im Grunde genommen eine ganz wichtige Korrektiv-Funktion haben. Short-Seller haben Wirecard gebastelt. Also dadurch, dass Short-Seller gesehen haben, dass Wirecard was nicht stimmt, und zwar schon vor zwei Jahren, ist das ganze Ding auch mit aufgeflogen. Also es ist auch wichtig, dass es die gibt. Keiner mag sie, aber sie sind halt am Markt wichtig als Korrektiv. Aber das Witzige ist halt, dass einfach jetzt in dem Fall werden die nicht als Korrektiv gesehen, sondern einfach als die Bösen, die Großen. Natürlich, wenn du mit zweieinhalb Millionen mit einer Armee gegen die gehst, dann bist du plötzlich der Große. Also wie sich da auch die Motivation sozusagen umdreht. Aber das Interessante ist, du kannst die Macht einer Geschichte nicht groß genug einschätzen, weil diese Story, so wir gegen die da oben, wir kleinen Leute, wir schmeißen jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro und Tausender. Die ganzen Robin Hoodler aus den USA. Ja, die schmeißen das da in der App rein. Und es funktioniert auch noch. Also weil die Idee, ich weiß nicht, wenn du dich damit nicht so auskennst, ich musste mich auch erst einlesen, für die Short-Seller ist jeder Kursanstieg halt eine Katastrophe, weil die dann verkaufen müssen und damit den Kurs weiter anheizen. Aber sie können halt nicht behalten, weil sonst ist es viel zu teuer und sie machen Milliardenverluste, was jetzt hier auch passiert ist. Und jetzt sind aber diese Milliarden tatsächlich, kann man sagen, im Best-Case-Szenario von diesen Hedgefonds rübergewandert zu den Einzelnen. Wenn das geklappt hätte, wäre es ja eine gute Geschichte. Aber natürlich wird man sehen, was die Geschichte daraus macht. Auf alle Fälle, das Ding wird verfilmt werden. Auf jeden Fall, es sind jetzt schon für euch da draußen, Uwe hat es ganz am Anfang erwähnt, es sind knapp 85 Milliarden Dollar in den letzten Tagen getradet worden. Ja. 85 Milliarden. Auf der Aktie. Auf eine Aktie. Auf einer kaputten Aktie. Die letzten Tage, wir haben da ein paar Informationen einfach, weil wir ein paar Freunde haben, die da halt so ein bisschen spezialisiert sind, die sich da einfach total reingefuchst haben. Teilweise sind die Broker, haben den Betrieb eingestellt, also den Handel eingestellt, diese Aktie. Also es war total verrückt am Ende des Tages. Ja. Und das Ganze ausgehend von einem Subreddit, von einem Forum im Internet. Und jetzt ist die Überlegung für dich, was muss ich für eine Geschichte erzählen, um so viele Menschen zu begeistern, beziehungsweise mitzunehmen. Aber das ist halt das Ding. Das Ding basiert nicht auf Fakten, weil die Fakten sind eigentlich sogar falsch. Weil die Bösen sind nicht die Bösen, sondern die sind eigentlich die Korrektiven. Also die ganze Story ist eine rein emotionale Geschichte. Deswegen, wie kannst du Leute sozusagen so emotionalisieren, dass sie dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Angebot gut finden oder Teil eines Movements sein wollen? Weil so entsteht Viralität. So entstehen auch Superstars. So entstehen Superinfluencer. So entsteht ein Run auf ein Produkt, was man nutzen kann. Und man kann auch diesen Run einmal mitnehmen. Wer weiß, was da jetzt noch passieren wird. Die Message von heute ist, Niemals, niemals, niemals darfst du die Macht von einer guten Geschichte unterschätzen. Ganz im Gegenteil. Was du tun musst, ist dich darin weiterzubilden, wie du eine gute Geschichte erzählst. Und wir haben es schon mal gesagt, die Odyssee des Drehbuchschreibers von Christopher Fokler ist ein guter Anfang, um dieses Handwerk zu lernen. Wenn du mehr erfahren willst, sind wir gerne hier. Wir freuen uns auch gerne, wenn du dich anmeldest für ein Erstgespräch. Dann reden wir über deine guten Geschichten und wie du möglichst Millionen von Menschen mit auf deine Reise nimmst. Und bis dahin wünschen wir dir viel Erfolg, wenn du da investiert bist. Viel Spaß beim Zuschauen, wenn du nicht investiert bist und irgendwie diesen Thriller mitzunehmen. Schreib uns auf jeden Fall, wenn du bei der ganzen, wenn du bei diesem Game dabei bist, dann schreib uns bitte. Es würde uns einfach interessieren, wie viele Menschen da draußen, die jetzt in unserem Universum, in unserem Netzwerk sind, hier dabei waren. Alles ist wirklich, Uwe hat es schon gesagt, es ist History. Das Ding wird verfilmt werden. Das Ding wird wie The Big Short, wie The Wolf of Wall Street. Das Ding, da kannst du dir sicher sein, das wird verfilmt. Ah ja, warte mal, wir haben hier ja einen TV-Produzenten. Ja, warte mal. Ah, da fällt mir auch was ein. Vielleicht sollten wir uns mal die Rechte sichern. Gut, während wir uns die Rechte sichern, bei euch, please invest carefully, wenn überhaupt. Also mach nur Sachen, die du überblicken kannst. Mach keinen Scheiß, lass dich nicht mitreißen. Mach nur Sachen, die Sinn machen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Ciao.